Die 25-Jährige hatte aber offenbar nicht wirklich so viel Spaß. Denn in einem Video, das von ihrer Freundin Melissa Ford gepostet wurde, sagte sie, dass sie jeden Tag eingeschlossen wie ein Tier verbracht hat. Rihanna zeigte auch ein Bild von sich auf Instagram von sich selbst und sie sah heiß aus in diesem Zweiteiler. Sie schrieb dazu, dass sie einen Tag am Strand hatte, aber es sei ein Reinfall gewesen. Die We Found Love-Sängerin genoss es wohl eher im Schatten, sie rieb sich auch mit Sonnencreme ein und sie genoss einen Drink. Rihanna hat wirklich einen tollen Körper. So. 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 So.